Heute ist der 3. Mai 2018, Zwiener Münder. Die Nacht war sehr schön hier und es war Wasser im Ostsee wie in Badewalde. So warm waren sie für so schöne Tage. Diese ganze Woche war sehr warm und zu höchern warm Wasser. Wie im Schwarzen oder im Karibik. Total schön. Dieser Hotel ist Radisson Hotel. Im 13. Stock gibt es Kaffee. Und kannst du ganz gegensehen hier. So schön aus sieht es. Wunderbar. Heute ist es 3. Mai 2018. Ich bin auf der Pläge von Zwitspinne Münder. Hier haben wir eine neue Gartenstelle. Radisson. drum, auf der 13. Monat ist Kaffee. Hier sieht man das ganze Meer, das ganze Gebäude. Da gibt es verschiedene Säunen. Es gibt noch einen Restaurant. Heute war die Wasser auf dem Baldovischen Meer sehr warm, wie in den Nürnischen Marien. Man kann sagen, wie in der Temperatur der Valle. это jetzt hier wird dann habe ich hier die hier ist sehr sehr deutlich mit die Es geht in Schweiz und in Italien geht es um 6.30 Uhr. Das ist eine Minute. Das ist eine Minute. Es war sehr viele Leute. Ich bin jetzt über 8.00 Uhr. Ich bin jetzt auf die Straße. Ich bin jetzt wieder auf die Straße. Ja, das war heute. Ich bin jetzt auf die Straße. Es ist ein schönes Tag, ein schönes Tag, ein schönes Tag.